Lesen muss, ja. Muy bien. Alles klar, weiß ich Bescheid. Das ist cool, da macht es ja noch mehr Spaß. Deine Anwesenheit. Ich wollte schon sagen, beglückt mich. Also stimmt mich, stimmt mich froh, ist besser. Nein! What the fuck? Motherflower. Immer hier. Ist auch verdammt eng hier. Und wenn ich vorne alleine fahren würde, würde ich sagen, okay, das passt aber so. Mich hier duellieren gegen die. Und schaut euch mal an den Platz ein, seien wir weiter vorne. Ist der schon vorne rechts schon. Clone Wars, Nick, ist das wieder hier. Nein! Ja, aber du kannst eigentlich vergessen, so mit dem Controller zu fahren, wenn Schaden an ist. Da kannst du ja gar kein Rennen zu Ende fahren. Deswegen ist es schon ganz gut, so die Settings für den Stream. So sind die Settings. Ich kann ja kein Deutsch mehr reden hier, vor lauter. Ja, das ist auch gut, das ist auch beruhigend hier. Tim, finde ich gut. So bleibt auch der Zuschauer halten und ich brauche jeden Support noch, wenn ich noch so ein kleiner Pupstreamer. Aber der Mini ist besser, hat den Berg hochgekommen. Alter, wo ist denn der Ander? Oh, M3, M5 voll. Boah, nee, das ist zu krass. Ist ja auch so mit Heck. Fahr ich nicht so gerne. Sondern das Viper. Viper habe ich immer vermieden, die sind alle sehr, sehr krass im Heck. Ja, das Geile ist, wir haben uns sind total aufgehalten und da anders direkt da vorne weggefahren. Aber dass sich so die Schwierigkeit geändert hat hier, krass, mit dem Auto. Sollen wir das Rennen so lassen oder sollen wir neu starten? Passt, oder? Zweiter Platz, scheißegal. Ach, der hat ja den M5 vor uns. Weizen-Pacoa. Nice. Du bist das, okay. Ja, ja, ich muss sagen, auf die Probe stellen. Vielen Dank. Ich würde sagen, passt. Genau. Passt, passt, haben wir noch zwei Rennen. Nur am Schluss, dass man halt vorne stehen, das war ganz umsonst. Well played, oh ja, thanks, thanks Maria. So, are you from Mexico? Is it real? 101 Anzahl der Podiumsplätze. Geht ja, Podium ist gut. So, next race. Oh, wheelspinning, yeah, I love it. Hm, ich brauche lieber Autos. Ach so, kann ich machen, ja. Also, wenn HSV noch da ist, als nächstes ein Audi möchte er haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau welchen. Dann hat Keo gesagt, kannst du mal in Ruhe fahren. Dann die Bockwurst hat gemeint mit Lexus. Aber ist, glaube ich, schon weg. Und dann kommst du halt. Also, HSV, Keo, Bockwurst, Killer. Aber es sind, glaube ich, schon ein paar weg. Also, kannst du Glück haben. Hey, Wackplatte, was? Mund an der Werbung hier sieht fast nach einem Sticker-Bomb-Skin aus. Wie, wie meinst du? Verstehe ich gerade gar nicht. Werbung und Sticker-Bomb? See, I'm in Mexiko. Acapulco. Wow, nice. Greetings to Acapulco. Awesome. Nice. Wow. Hey, nice to meet you. Wow. Ich denke, das ist der erste Video von Mexiko. Ach stimmt, Audi 80 Kombi. Achso, falls es ihn gibt, hast du gesagt. Jo, guck, schreibe ich dazu. Schreibe ich dazu. Stimmt, du warst das mit dem Audi. Avant, glaube ich. Aber dann bitte voll abbläden mit jedem Schnickschnack. Jo. Klar doch, klar doch. Ihr wollt mich jetzt mit den ganzen Upgrades ärgern, dass ich ja nicht die Bieste unter Kontrolle mehr halten kann. Ich verstehe schon. Schweinerei. Oh no. Komm, hier, Offroad mit this car. Fuck. Huh. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Hier mit dem Heck Offroad. Okay, ich hoffe, jetzt bleibt das in der... Hey, stopp bumping me, please. That's not fair. That is not fair, my friend. Calm down. Oh my god. Offroad. Seht ihr, das Spiel quält mich hier. Mit so einem Auto Offroad fahren ist schon pervers. Ja. Ja. Ah, shit. Okay, I missed a checkpoint. Where? Oh, hier. LoL. Okay, let's restart. Wie soll ich denn an den Checkpoint rankommen? Ich bin dann so springen, so runterrutschen. Na dann, skin, der sieht einfach aus wie ein Sticker-Bomb-Skin aus. Na ja, die Folien, die eben vollständig aus Sticker bestehen, muss man googeln. Okay. Hat mir noch keiner gesagt, ist auch gar nicht so gedacht. Kein Plan. Ja, ein Sticker-Bomb-Skin. Also ist das gut oder schlecht? Oder das du schreibst? Ja. Dead Competition hier. Puh. Offroad. Kann ich mir nicht ein Ding einbauen hier. Und 4-Wheel-Drive. Ja, hey. Du kannst ja auch so schon nicht auf der Straße halten, wenn der sich aufbockt. Und dann auf dem Gelände schon krass. Ich meine, hast du gesehen? Erstes Rennen war ich erster, zweites war ich zweiter, aber so hier. Keine Ahnung, ob ich dir was reißen kann. Und es wird schade, dann ist die ganze Meisterschaft umsonst. Wegen so einem komischen Rennen hier. Aber machst du nichts. Du willst mich ja leiden sehen. Das ist ja kein Problem, mach ich ja gerne. Ne, ich werde für gar nichts bezahlt, aber ist klar, sicher. Für manche ist es too much, für manche nicht. Mir gefällt es so. Und ich werde für nichts bezahlt. Für was soll ich denn bezahlt werden? Für welche Werbung zum Beispiel. Die Schokolade liegt ja nur so da, weil ich sie die ersten paar Streamtage vergessen habe. Und dann habe ich sie weggetan und dann wollten die Vier es doch wieder haben, so was dazu gehört. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich. Kannst du mir oder andere erzählen, dass ich mir etwas Wasser trinken möchte? Schreib dir mal hin hier. Hier, ich möchte etwas Wasser trinken. Ich weiß nicht, weil ich gerade hier gelesen habe, zu viel mir gar nicht drauf geachtet habe auf die Straße. Danke, das Bob. Merci. Merci. Ja. Merci. Ja. I want to drink some water. That's for you. Ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist ja so, wenn ich die auf diesen Strecken fahre, ist die KI total krass, als ob sie auf normale Strecke fahren wird. Dann komme ich mir nicht hinterher. Schau mal hin, wie die fährt. Und mit dem Heckantrieb drehe ich ja komplett durch. Ich komme ja da nicht weiter. Wir sind jetzt schon tausend Rennen gefahren und das ist echt krass hier. Ihr seht es euch, kick das Ding nicht unter Kontrolle hier. Beim besten Willen nicht hier auf diesem Feld. Steht oben sauberes Rennen, geil, natürlich. Ich habe ja, ich habe ja kein anderes Auto so wirklich für das Ding. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Vielen Dank. Ja, ist aber schon viel zu spiel, sowas. Eieieieiei. Aber manche fahren auch auf den Nebenstraßen, jetzt ist es auf der Karte, ey, boah, du kannst es nicht gerade halten hier. Also, ne, das geht so nicht. Da müssen wir schauen, was wir was umbauen, weil das ist zu krass. Das ist einfach zu krass hier. Mal kurz, mal kurz ein kleiner. Mal kurz was checken hier. Mal kurz was checken hier. Mal kurz, mal kurz, mal kurz. Alles klar weiß ich bescheid, passt. Passt, passt, passt. Mal kurz kurz was nachschauen. Aber mussten Background Check sein. Schauen wir mal der Straße Rennen, machen wir das andere Rennen, um dann, können wir mal gucken. Was ich aber nicht wirklich verstehe, wo liegt denn der Sinn daran, mit so einem Auto diese Klasse über das Feld fahren zu lassen? Also ich meine, ja, kann ich ja nichts dafür, ich habe ja gesagt, das ist so eine Sache. Wenn du, du kannst ja auch pennen gehen, ich spiele ja morgen wieder das Spiel, dann kommst du morgen und dann machen wir das dann mit dem Evo. Kein Stress, machen wir es dann morgen mit dem Evo. Ist ja nicht vergessen, es bleibt in der Liste. Und sicher, ist ja nicht geplant hier, dass das mal so, mal so ist. Ist das dumme Schild hier?